Hallo und herzlich willkommen. Heute freue ich mich ganz besonders darauf, Ihnen dieses herrliche Anwesen hier präsentieren zu dürfen. Ich bin selbst ganz begeistert, wie schön es hier ist und vor allem, wie liebevoll alles angelegt wurde. Es handelt sich um eine top gepflegte Doppelhaushälfte in herrlicher Stadtrandlage hier direkt in Homberg-Efze. Die wichtigsten Eckpunkte habe ich Ihnen wie immer unten im Text zusammengefasst. Wir haben hier einen absoluten und überdurchschnittlichen Pflege- und Erhaltungszustand, denn hier wurden sehr viele Modernisierungsarbeiten bereits durchgeführt. Sie können hier einfach einziehen, ohne großen Aufwand und glücklich sein. Dieses Haus ist ideal für Familien oder auch für ein bis zwei Personen geeignet. Hier im Erdgeschoss haben wir das gemütliche Wohn-Esszimmer mit pflegeleichten Bodenfliesen und Fußbodenheizung und zusätzlich sorgt der Specksteinofen im Winter für gemütliche Wärme. Von dem Wohnzimmer können Sie direkt auf die teilweise überdachte Terrasse gehen, mit der richtigen Sonnenausrichtung. Hier dürfen Sie sich darauf freuen, im Sommer herrliche Stunden im Freien zu genießen. Neben dem Esszimmer befindet sich dann direkt die Küche mit einer sehr gepflegten Einbauküche. Und dann haben wir hier unten im Erdgeschoss noch den Flurbereich und ein Gäste-WC mit Dusche. So, und jetzt zeige ich Ihnen oben den Schlafbereich. Hier im Dachgeschoss haben Sie ein Schlafzimmer sowie zwei weitere Zimmer. Können Sie ideal als Kinderzimmer oder auch als Büro nutzen. Und das Besondere oben ist das moderne Tageslichtbad mit Eckbadewanne, Dusche und einem Handtuchheizkörper. Und zusätzlich haben wir oben noch ein kleines Studio, was nachträglich ausgebaut wurde. Und zum Abschluss zeige ich Ihnen noch den Keller. Sie werden auch hier begeistert sein, in welchem tollen Zustand sich dieser Keller befindet, der auch teilweise zum Wohnraum ausgebaut wurde. Und habe ich Ihnen zu viel versprochen? Hat es Ihnen hier gefallen? Können Sie sich vorstellen, hier zu leben? Dann ist das vielleicht Ihr neues Zuhause. Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie mit mir Ihrem persönlichen Besichtigungstermin. Ich freue mich darauf. Und wenn Sie in Zukunft über meine neuen Verkaufsobjekte informiert werden wollen, abonnieren Sie meine Kanäle bei YouTube, Instagram und Facebook. Und denken Sie an die Erinnerungsglocke. Dann werden Sie immer automatisch informiert. Mein Name ist Cornea Grunewald, ich bin Immobilienmaklerin hier in der Region und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Termin. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!